Hallo zusammen, ich bin Marcel und mache die Lehre als Montagenelektiker und ich zeige euch heute, was ich mache. Montagenelektiker ist ein sehr gesuchter Beruf, sogar einer der meistgesuchtesten in der Schweiz. Darum haben wir nach der Lehre diverse Möglichkeiten, uns weiterzubilden und eine gute Chance für die Zukunft. Unser Geschäft unterstützt und fördert uns in jeder Einsicht. Zum Beispiel haben wir am Mittwoch und am Donnerstag einen Lernabend, wo wir uns mit Fachpersonen austauschen können. Das Coole an meinem Beruf ist, dass wir unser berufliches Wissen auch zu Hause anwenden können, wie zum Beispiel eine Lampen montieren und eine Steckdose austischeln. Wenn du Montagelektiker werden möchtest, dann musst du Handwerkslos schick mitbringen, gute Kenntnisse in Mati haben und teamfähig sein. Und? Hat es dir gefallen? Wenn ja, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.